Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lara Croft and the Guardian of Light. Nachdem wir im letzten extra langen Part den, äh, wie hieß er, Echsen-Dämonen getötet haben, werden wir jetzt versuchen, die Sonnenscheibe da drüben uns zu besorgen. Werden wir natürlich auch hinbekommen. Hoffe ich. Achso, ja, mit dabei ist natürlich die anseitsbeliebte Kami. Wie er mich vergessen hat? Ah! Oje, dann Geronimo. Ah, ging ja gut. Sorry. So. Wir stellen uns teilweise überraschend gut an. Ja. Finden sie die zweite fehlende Sonnenscheibe. Ja, insgesamt haben wir, glaube ich, drei gefehlt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist unmöglich. Ich hoffe, sie visiert jetzt wieder. Ja, sehr schön. Upsa, ich sollte mal Andorff nehmen. Äh. Haaa, ja. Nein! Tschüss. Oje. Tschüss. Mann, nett. So, nochmal. Ja, die Steuerung ist gerade echt kacke. Ja, die ist echt ungewöhnliche Steuerung. Ja, weil... Das muss man ja so sagen. Weil vorwärts geht die jetzt nicht mehr immer vorwärts. Aber ist ja... Ist ja... Ist ja... Gab doch trotzdem alles. Ja, mein Gott. Was ist das? Ich höre böses Getiere. Da ist es. Da ist es. Noch wer? Ach, ich benutze jetzt auch mal das Gewehr. Mhm. So, ich glaube, das war's hier. Dann werden wir jetzt wieder hoch müssen. Wir gehen erstmal hier gucken, was hier unten ist. Oh, ich brauche... Ich brauche Steinschienen. Glitzer, glitzer. Eingenehmige ich auch mal. Da hinten noch was. Ja, stimmt. Wir müssen ja auch noch die Schädel finden. Ach, guck mal. Wir hätten auch einfach hier runtergehen können. Und dann? Du hättest dich eben nicht drüber schwingen müssen, weißt du? Ach so. Ach, ich fand mich cool. Was ist hier? Ich bin nass. Ach so, ich habe ja jetzt das Gewehr. Aua. Du musst... Pass auf mich auf, pass auf mich auf. Ah, ich bin mal kurz weg. Ach, da finde ich meinen Speer besser. Was ich auch sehr ungewohnt finde, dass man zu... Hier oben ist ein Schädel. ...so gedrückt halten muss. Ja, oben ist ein Schädel, ja. Aber hier ist auch eine Herausforderung, zu dem Schädel zu kommen, ist nur wahrscheinlich hier hoch. Wieso? Du kannst mir doch einfach dein Schild halten. Dann hopf ich da hoch. Oh. Na komm, sonst hältst du dich auch an dem Scheiß fest. Was ist das denn eben? Weiß nicht, ob das geht. Warum denn nicht? Doch, geht. Ja, schon weißt du, dann hätte es sein können, dass das Spiel sagt, nein, ihr müsst über den Pfeiler da gehen. Ja, dann... So, aber bevor wir da reingehen, dann schauen wir uns da nochmal um. So. Und ein Herausfordererraum, der auf uns wartet. Dum 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 dum. Oh, das ist eine schöne Musik. Oh, ich mag es nicht, wenn man nicht... Komm, was sieht. Ah, da ist wieder hell. Oh, da ist... Guck mal, da ist eine Eule oben. Soll ich mal auf den Schalter hier gehen? Ja, aber ich glaube, mit einem sicheren... Ah. Ah, wie kommst du da jetzt hoch? Kannst du, wenn ich hier drauf von meinem Schild da rüberspringen? Upsa. Schon mal nicht... Ich meine, notfalls müssen wir die Stachel... Achso. Kugel halt bis dahin schleppen. Die kriegen wir da hin, weil der Lücke zerstört war da in der Mitte. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob wir die mit hier reinnehmen können. Dann wird hier hoch... Ach doch, warte mal. Ich kann dir doch... Wenn ich dir hier einen Bär reinmache und du da drauf gehst... Hoch genug kommen. Kannst du noch einen zweiten etwas da drüber machen? Na, ja, ein bisschen weiter... Warte mal ganz kurz. Ah! Hm? Hier. Körper hochgehen. Oh yeah! Ihr kriegt Toneuler. Wollen wir mal gucken, was dieses Artefakt macht? Jetzt könnten wir natürlich mal... Ja, ins Innen... ...gehen. Toneuler. Ah, die gibt uns Verteidigung plus, aber auf die Bombe minus. Aber es gleich die Verteidigung anfangen. Na gut, aber die Bombe benutzen wir ja eh eher, um Sachen zu sprengen. Verstück, ja. Nicht um Viecher zu töten. Gut, dann passt das doch. Oh, wir sollten uns aber beide um unsere Gesundheit kümmern. Ja, da werden wir jetzt schon noch E-Packs oder sowas finden. Da haben wir hier hinten schon guckt. Ja, gell? So. Dann gehen wir mal weiter auf die Suche nach den... ...Scheiben. Oh, da drüben ist ein roter Scheel. Da werden wir jetzt wahrscheinlich schon... ...wollen wir außen rumgehen, weißt du? Jetzt? Oh, wie der Böses hier. Ja, der... Ähm, willst du? So, nimm du das. Achso. Naja, gut. Da ist wieder viel Viechzeug. Wollen wir jetzt erstmal gucken, ob wir die schon einsetzen können? Die eine Sonnenscheibe, die wir haben. Vielleicht ist die ja auch schon automatisch da drin. Ih, da kommt was raus. Guck, die ist automatisch dran. Okay. Ja, das wissen wir schon. Weiter Scheibe. Dann kannst du ja das nächste nehmen. Da ist ein Medipack. Das nächste und dann passt das da. Manitionen brauchen halt keiner. Aber ich sehe schon, dadurch, dass die Artefaktleiste da unten jetzt voll ist, äh, glüht mein Sperr so komisch und ich mache mehr Schaden damit. Mmh. So ist das also. So hier. Gibt noch was. Bling, bling. Glitzer, glitzer. Oh, damit hast du die Herausforderung ja schon geschafft. Ich habe noch keine, äh, Anzeiger. Nee, aber die... Ich habe es nicht mitbekommen, das kann natürlich auch sein. Oh, Murmel, Murmel, geh weg. Boah, der hat sogar das Viehblatt gewalzt, die komischen... Achtung, hinter dir. Ich sehe schon. Ach so, jetzt hatte ich zwischenzeitlich Schaden bekommen, genau. Und jetzt mache ich wieder weniger Schaden mit meinen Sperren. Ah, jetzt ist sie wieder voll. Ah, muss man alles erstmal wissen. So, wollen wir da hochgehen, oder was? Ja. Ja. Ich höre noch Gegner irgendwo, auf jeden Fall. Ah, hier ist ein Truck. So? Ja. Oh, das ist ein Zauberer. Oh. Boah. Danke. Ich habe kapiert. Danke. Jetzt liege ich hier. Ich habe den einen Magier noch gebracht, der hier stand. Magst du mich wiederbeleben? Ja, ich muss bitte. Jetzt ist es zu spät. Warum? Weil dann die Zeit abgelaufen ist. Willst du? Nö, nö, nimm du. Okay. So, da geht es auf jeden Fall in so ein Tempel rein. Da unten ist was. Magst du mir mal dein Seil anheften? Dadurch sollten wir auch wieder beide volle Energie haben. Yeah. Du, 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 du. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal hier rein, oder? Ja. Machen wir das doch einfach mal. Da ist die nächste Sonnenscheibe drin. Ja. Aufsprengen weg, glaube ich, so einfach. Oh doch, wir müssen beide, glaube ich, hinlegen, in der Bombe. Und gleichzeitig zünden, nämlich. Na, dann zieh mal. Drei, zwei, eins. Weißt du, da kommt man so schnell rein. Ah, nee, warte mal. Komm mal mit. Aua, hier runtergehen. Ich stelle mich jetzt mit dem Schild dahin. Und du betätigst den Schalter. Okay, vertrau dir. Achtung, achso, das schießt du jetzt da hoch, genau. Ja, die vorletzte ist es ja. Bitten Sie, die letzte fehlende Sonnenscheibe. Okay. Sehr schön, das hat auch gut geklappt. Aber guck mal, hier hinten ist auch noch was. Warum ist das da rein? Hm. Komm mal an dem... Oh, hupser. Alter. Alter. Nee, halt. 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 Ich glaube, damit auch die Tür aufgeht. Nee. Naja. Muss es ja noch irgendwas anderes geben. Vielleicht kommen wir da später noch irgendwie hin. Dass wir quasi von unten hochkommen und dann hier mit dem Schalter die Tür öffnen, weißt du? Ja, ich bin auch ein paar Mal reingesprungen, hab mir schon viel HP. Oh, Achtung. Oh, wo ist der denn? Oben. Oh, fies. Aua, 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 aua. Ich glaube, sie haben totgemacht. Nee, da backe noch was. Ey, der Marge ist tot, da kam jetzt nur ein anderer noch runter. So, die sind auch weg. Da ein Schweinchen. Halt. Was denn? Da war noch ein Diamant, glaube ich. Was denn? Das ist alles wichtig, wenn man stirbt? Ja. Das hast du schon rausgefunden. Also, wenn man stirbt und sich wiederbelebt, dann werden Punkte verbraucht. So, warte mal. Was war hier hinten? Eben noch was Grünes geleuchtet? Nee, war nur die Palme. Schade. Doch noch was geleuchtet. Naja. Ja, und wenn man keine Punkte mehr hat, hat man Pech gehabt. Das ist richtig, ja. Da leuchtet was. Und da kommt jetzt auch eine Menge Viecher, die es beschützen. So, und da oben ist ein Munitions-Upgrade. Komm, da klettern wir so gar nicht hoch. Da machen wir hier einen Schildsprung. Okay. So, und. Oh, ups, sorry. Hm. Yay. Auditions-Upgrade. Ach so, und hier sollen wir drüber, ohne das Wasser zu berühren. Die Dame holt sich noch das Funkel. Na klar. Da hinten ist aber... Ein Tuchenschädel. Naja, man kann ja trotzdem das versuchen. Man kann sich das ja erstmal holen. Ach, da glitzert es nochmal. Ja, ich probiere es mal, ohne das Wasser zu berühren. Magst du mitkommen? Ja, Moment. Ich muss bloß erstmal... Nee. Uff. Okay. Oh, ich muss zurück. Äh, ich glaub... Oder? Ich glaub, man muss es beim ersten Mal packen. Ah. Meinst du, man kann es immer wieder probieren? Warum sollte man nicht? Weiß ich nicht. Hast du den Erfolg? Naja, hat nicht gezählt. Oh. Tut mir leid. Kein nix. Shit. Aber dafür haben wir einen roten Schädel. Ja. Man kann halt nicht alles haben. Ist halt wahrscheinlich, um den Wiederspielwert das jetzt zu erhöhen. Naja, gut, aber ich meine, man hätte ja auch erst drüber hüppeln und dann den Schädel holen können. Das, äh, ja. Ist egal. So, der kann 100% noch heilen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. So, machen wir Aufzug. Und, hüpp. Ja. Da. Hüpp. Oh, da haben wir schon sechs Stück. Hm. Nicht schlecht. Ähm, wo ging's denn jetzt hier weiter? Da vorne irgendwo, gell? Aber ich würde sagen, die Treppe hier werden wir erst im nächsten Part besteigen. Okay. Also Leute, bis dahin. Ja, tschüss. Ciao, ciao.